Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zur zehnten Folge von Minecraft, Feesabies, Infinity Evolved, Expert Mode, Skyblock. Ja, immer noch ein sehr langer Titel. Ähm, ja, ich hab hier jetzt mal ganz kurz den Carpenter verkabelt. Den Iron Chips sind fertig, der zweite davon hier, von nebenhin dünn sie, ist fertig. Jetzt zeig ich mal von oben. Ne? Bewegt sich richtig schön, genau wie der. So. Dann hab ich noch ein paar Erze gemacht, also hier so, ist noch was am Durchlaufen. Hab da drüben mal einen Harden Portable Tank gemacht, bis einfach so ein bisschen innen war rum. Joa. Hab ja mal hier einen normalen Furnace gecraftet, weil ich wollte, hatte da mal die beiden Extra-Kür, die wir hatten, hab ich mal geschlachtet. Ein bisschen Raw Beef bekommen, ja. Was seh ich, wir brauchen mindestens einen Redstone-Furnace, damit wir Raw Beef raten können. Hm. So. Ich würde jetzt gerne erstmal heute einen Kompressor bauen. Wie so ein Kompressor, weil wir, äh, kompressed, oder hier die, ne, die Dance-Defined-Ivan-Place, so heißen die. Weil wir die brauchen. Wofür wir die brauchen, für die Machine-Frames, für die Formal Expansion-Maschinen. Und wenn wir die haben, also die Machine-Frames, können wir auch so langsam rüber mal gehen zur automatischen Erz-Generierung, sag ich mal. Also ihr wisst schon, was ich meine. Ne? So. Wir brauchen einen Basic Machine Casing, das heißt, acht Iron Plates, ich nehme gleich neun Iron mit. Da wir ja, äh, hier Rolling, und noch eine brauchen für den, hier für, äh, das Dingle. Dann brauchen wir sechs Sober. Schmelze ich mal gerade hier. Zwei Redstone. Ne? Weil, hier bist du ein Sohn, ne? Ja. Zwei Copper Ingots. Und wir brauchen Cleanstone. Sechs Stück. Dann schmeiße ich jetzt einmal ganz kurz da rein und komm, den spende ich mal kurz mit Charcoal. So, wie sieht denn meine Metal-Form aus? Ist das schon durch? Ne, vier Stück. Ja, das ist schon mal schön. Das ist super. Was ich mir auch überlegt habe, Ich wollte hier nochmal zwei weitere Laser anschließen. Vielleicht auch nur einen, ich weiß es noch nicht. Laser. Äh, da brauchen wir einfach nur noch Redstone und Obsidian. Das sollten wir hinkriegen. Eins, zwei, drei, vier, fünf Redstone, also zehn. Und die Diamond Electron-Tubes. So. Ja gut, dann machen wir erst mal nur einen. Äh, die Wire-Connector brauche ich noch. Das schaffen keine mehr. Doch, hier. So, äh, ja. Ähm, da brauche ich mal kurz einen Support-Block. Wie ich das immer so schön nenne, ne? Einen Support, einen Unterstützungs-Block. Wie ich das meine, ist ganz einfach. Bam. Bam. Ein Support-Block. LV-Wire-Connector-Rand und LV-Wire-Col. Und jetzt haben wir schon zwei Laser, die das powern. Bei der doppelten Geschwindigkeit. Ist noch nicht wirklich viel, was wir hier haben, aber es wird langsam. Und die Energie ist immer noch schön konstant. Sehr schön. Wie sieht das hier aus? Die Iron Plays sind fertig. Jetzt Extruding, machen wir noch mal kurz die Kabel fertig. So, ich habe mir überlegt, was wir jetzt langsam auch mal angehen müssten. Wenn wir jetzt langsam Zugriff haben auf die, ähm, Firmal Expansion-Maschinen, würde ich mal schauen, dass wir auch einen Harvester mal machen. Das Problem ist, da brauchen wir Dark Seals. Für die Dark Eggs. Das ist eigentlich nicht so logisches Thema. Das müssen wir für den Stahl herstellen. Das Problem ist Plastik Heads. Wir brauchen einen Rocket Thrill Bucket. Und Rocket Thrill ist Huch mit Gunpowder und Redstone. Das ist nicht so logisches Problem. Huch ist Seeds mit Sugar. Aber, da müssen wir noch was machen. Deswegen baue ich jetzt auch Offscreen eine Zuckerrohrfarm auf. Warum Offscreen eine Zuckerrohrfarm? Ganz einfach gesagt, weil ich Offscreen jetzt mal anfangen werde, die Seeds für Aquicraft hochzuzüchten. Also Sugarcane und so weiter. Hab da jetzt auch einen kleinen Trick gefunden, den ich wahrscheinlich auch nochmal zeigen werde. Und ich bin so schlauernd daran vergessen. Iron Chipset. Äh, nee. Hier war er. Wie genau. Bisschen Machine Casing. Electronic Circuit. Und wir haben einen Kompressor. Yay. Ich freue mir. Den klatsch ich mir mal hier an. Einmal einen Wire-Connector. Das ist der letzte auch, den wir haben. Und das ist natürlich doof. Gut. Verbinden. Und sehr schön. So. Schauen wir nochmal zurück zum Machine Frame. Der Machine Frame Basic. Iron Chipset haben wir. Zim Gear können wir machen. Quark Obsidian haben wir. Basic Integrated Circuit. Können wir schon mal machen. Sechs und ein Pin. Und so. So. Wasser rein. Und wir haben den Circuit. Sehr schön. Äh, ja. Stahl. Da bin ich heute überlegen. Haben wir nicht mehr so viel. Ich mach mal kurz. Aber weißt du was? Ich mach einfach neuen Stahl. Wir haben ja noch jeden Tag. Iron Order. Kohlkohl haben wir ja auch noch. So. Mach du uns mal kurz Stahl. Äh, ich könnte jetzt Stahl in den Kompressor schmeißen. Und hier kriegen wir noch nämlich meinen Iron Block. So. Neun Plays. Machine. Ja genau. Da dauert es noch einen Moment. Aber wir können ja nicht schon mal so weit alles zusammen sammeln, was wir hier haben. Dann mach ich schon mal der Zim Gear fertig. So. Das kann schon mal schmelzen. Und ich brauch wieder was im Moment. Und wir sind knapp bei uns beim Essen. Ich hab nur noch vier Äpfel. Das heißt nun klar, dass ich muss jetzt auf jeden Fall anfangen mit der, mit Agri-Craft züchten. Weil ich werde jetzt allererstes Weizen hochzüchten. Oh, hier hab ich noch einen Portapet Tank. Dann machen wir ganz kurz so. So, sehr schön. Nochmal mehr Call Coop. Machen wir hier einen Stack rein. Dann geht er durch. Wir haben noch was über. Wie sieht er mit dem Zim aus? Noch nicht ganz fertig. Crushed Obsidian brauchen wir zwei. Und ein Iron Chipset. Äh, Crushed Obsidian. Warum ich das jetzt nicht vermissen? Hier. Hab ich ein bisschen was vorbereitet. Iron Chipset. So, was fehlt jetzt noch? Die Identified Iron Plate. Und... Und Tin Gear. Was können wir hier raus noch machen? Eine Tool Forge. Das wäre eigentlich auch kein Problem. Das ist schlecht. Ja. Dann mach ich ausgehend noch mal eine Tool Forge. Okay, Refined Iron Plate. Tin Gear. Sehr schön. Und keine Sorge. Sollte jetzt gleich schon wieder auf Stoff sein, was ich machen kann. Ich hab noch was, was ich machen kann. Diesmal hab ich mir vorbereitet. In der Zwischenzeit lass ich hier nochmal ein bisschen Silber durchlaufen. Jetzt sind wir bei 9 Minuten. Eine Identified Iron Plate. So. Zack, 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 zack. Machine Frame. 400.000 RF. Jebeam. Dann muss ich dann mal ganz kurz hier das Silber rausholen. 20 Mal zurück. Denn, ich würde jetzt gerne mal heute mir ordentliches Equipment machen. So. Machen wir einmal hier so, so. Äh, so. Farble and Patterns. Wir, ja der Ofen muss jetzt mal weg, der stört da. Machen wir ganz kurz. So, und. So. Jo. Was haben wir hier? Wir können Tool Rod machen. Arct-Pickick Tool Binding. Dann brauchen wir noch genau zwei Stifts. Ne, stimmt nicht. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen Sword Blade. Wir brauchen White Guard. Äh, ja. Und wir brauchen noch ein Shovel Head. So. Dann geben wir mal ganz kurz die Stadkolumpe. Stone Tool Rod. Stone Life Blade. Ein Stone White Guard. Ein Stone Shovel Head. Ein Stone Pickaxe Head. Ein, ja. Ein Stone Binding. Und ein Axtropf. So. Den Stone Shard, um das kann man natürlich mal wegschmeißen. So, das kommt dann alles mal zurück. Callzone kommt rein. 3477 ist super. Ich glaube, das war dann ganz gut, wie ich das zusammen gemacht habe. Dann nehmen wir auf jeden Fall den Ziert Frosted. So, jetzt brauchen wir noch Gold. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist ja dann. 14 Gold. Einmal ein Schmelzen. So, und das ist halt. Wie sieht das hier aus? Jo. So, wir haben gleich schon den ersten fertig. Super. Ich werde euch überlegen, womit wir dann anfangen sollten. Ich glaube, ein Pulverizer wäre nicht schlecht. Ja, Pulverizer und ein Redstone Furnace. Dann mache ich hier nochmal ein bisschen mehr Stahl fertig. Da könnte man auch einfache Stahl herstellen. Ne, Induction. Ich will kurz schauen. Induction Smelter. Invar, Invar, Reception Coil. Dann machen wir ja einen Induction Smelter, weil Kohle kann ich auch so grad herstellen. Wobei, wir machen einfach alle zwei erstmal. Erstmal Pulverizer würde ich sagen. Ist wieder super, wie ich hier rangehe. So, wie sieht das hier aus? Ist das Gold schon geschmolzen? Jawohl. Ein Shovel Head. Äh, na komm. Danke. Ein Stone White Guard. Danke. Ein Stone Sword Blade. Danke. Ein Stone Binding. So, sehr schön. Stone Pickaxe. Super. Ein Stone Tool Board. Und zu guter Letzt noch der Stone XZ. So. Jetzt könnte man sich überlegen. Hier ist jetzt kein Gold mehr drin. Genau. Super. Was? Welches Material machen wir jetzt das Werkzeug? Man könnte jetzt mit Bronze argumentieren. Boah. Oder wir nehmen Shiny. Mal schauen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Okay, schauen wir mal. Eins. Drei. Drei. vier pickaxe fünf schaufel wenn ich mich erzählt habe, rutschen wir acht shiny inges so wie sieht das hier aus, nochmal drei stahl, machen wir auch nochmal zu platten ein machine frame basic pulverizer zwei flint, zwei copper gears, ein reception curl und ein piston gerade bin ich gehypt dann schmelze ich mir mal acht copper ein wie sieht das hier mit lava aus, da kannst du mal ein bisschen nachfüllen man macht jetzt den lavastank in den tank ist dann wieder voll in der zwischenzeit gehe ich mal kurz da drüben schauen weil das muss ja jetzt auch alles melzen alles klar so was ist hier schon wieder alles drin alles klar dann schauen wir mal rein was hier in der wundertüte drin ist ne fledermaus ne fledermaus zwei sogar das war perfekt jetzt raus nö und hier ist schon nix gespond hier ist im moment wenn in der monster farm ein raw chicken drin ist einfach gängig so das kommt hier rein das kommt alles hier rein den bogen reparieren wir mal mit denen ein zwei zack 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 sehr schön dann haben wir bald auch mal einen bogen zwei stahl dann lasse ich vor erstmal hier das copper abgießen zu den gears damit wir dann damit in der zwischenzeit schon mal weitermachen können beziehungsweise äh ja mir fehlt gerade sowieso das wort beziehungsweise damit wir dann erstmal den pulverweiser machen können und dann schon mal anfangen zu bauen zwei flint eine redstone reception coil und ein piston alles klar zwei flint redstone reception coil piston zwei gold ein iron vier dopp und damit sollten wir jetzt alles haben ah ja äh einen piston eine redstone reception coil hier haben wir eine pulverweiser ich freue mir äh ja uns fehlt ja jetzt gerade so ein bisschen der wire coil also der capacitor ne connector so rum deswegen klatsche ich das einmal da dran und dann machen wir erstmal ich weiß mal ein stick iron or das rein und dann machen wir erstmal die nächste muss auf jeden fall neue connector machen wo war ich jetzt dran kann ach ja jetzt können wir ja hier abgießen sword blade haben wir x hat haben wir lege ich jetzt gerade bewusst alles da hin damit wir sehen was wir alles haben äh neck ok wird das gelockt shovel haben wir komm mach mal so dann sehen wir irgendwo was ist ja fast richtig pickaxe hat nicht pickaxe so mal wir brauchen eins für die pickaxe ein toolbinding dann das white guard und dann eins zwei drei vier tool was zwei drei vier hier wie viel ist noch drin ein barren ja von den gießen wir dann den barren aus so und dann toolstation einmal das schwert ein shiny broadsport nimm mal das eine pickaxe so und so dosh picke das nehmen wir ganz schlau dosh schüppchen und die axt dosh ne nicht henker sagt ach warum die nehmen jetzt einfach dosh axt dosh axt dosh axt dosh axt sehr schön und dabei haben wir mal ordentliches tool 9 damage kobalt mining speed von 14 ja ich würde sagen heute war ein produktiver tag hier vielleicht noch ein bisschen mehr machen ich schmeiße dann mal kurz tinder dann machen wir noch ein tin gear und beziehungsweise ich mach noch ein paar machine trams jetzt ausgeregt fertig boah das ist so schön jetzt anzusehen also ich natürlich ne was macht sonst boah ja ist ja gut gut ich mache dann auch noch was weiter und dann würde ich sagen können wir uns das auch schon bald mal anlegen mit der erzgenerierung also automatischer erzgenerierung ne dann würde ich sagen bis zum nächsten mal bei minecraft vizepizem vizepizem vizepolver skyblock experte mode bis dahin tschüss